Wir haben keine Visitenkarten mehr, die sind uns jetzt ausgehebt, aber die Luisa hat so schön draußen unseren Namen nochmal aufgeschrieben und wenn ihr Lust habt, schaut doch auf unserer Facebook-Seite vorbei, da sind wir auch vertreten und da laden wir auch immer ganz lustige Videos hoch. Ja und im Homepage haben wir auch mayfliesmemory.com, also alles mit diesem Namen. Was heißt der Name eigentlich? Das ist die Erinnerung der Eintagsfliege. Okay. Also Mayfly ist mein Fliege und Alltagsfliege. So wirst du mich nicht. Genau.